Musik Ich heiße Kat Frankie. Ich komme aus Sydney, Australien und seit acht Jahren wohne ich in Berlin. Diese Stadt ermöglicht es mir, das zu machen, was ich liebe, Musik. Ein Freitagnachmittag mitten in Berlin, im Stadtteil Kreuzberg. Überall liegt Musik in der Luft. In einem ruhigen Hinterhof taucht Kat Frankie ab, in einen alten Keller, der jetzt ihr Proberaum ist. Dieser Song trägt den Titel Der Ertrag. Musik Bei den Bandproben experimentiert die Australierin gemeinsam mit ihren Freunden. Der eine kommt aus Chile, der andere ist Deutscher. Gerade übt Kat Frankie auf ihrem indischen Harmonium. Musik Geproppt wird heute ein neuer Song mit deutschem Text. Zum ersten Mal hat Kat Frankie einen Song komplett auf Deutsch geschrieben. Der Refrain ist, es liegt ein Fluch auf diesem Haus. Ich wollte unbedingt einen deutschen Song schreiben. Ich mag diese nebligen Bilder. Jetzt habe ich dieses Lied über ein verwunschenes Haus und es bleibt vage, ob nun das Haus oder unsere Gedanken verwunschen sind. Musik Kat Frankie arbeitet gerade an einem neuen Album. Es ist das dritte, seit sie in Berlin ist. Als die Australierin 2004 in Berlin ankommt, hat sie keine festen Pläne. Sie will die Stadt kennenlernen, sich ausprobieren. Ein Dokumentarfilmer entdeckt sie und begleitet sie für ein Filmprojekt. Ich war Designerin, das hatte ich studiert. Ich kam für ein Jahr nach Berlin, flog zurück nach Sydney und bemerkte, dass es dort für mich super langweilig war. Ich wollte unbedingt zurück nach Berlin und Musikerin werden. Einfach, weil ich hier viel mehr Möglichkeiten habe aufzutreten. Ich hatte ein bisschen Glück. Den Menschen hier gefiel meine Musik. Es ergab also Sinn, es als Liedermacherin zu versuchen. In seinem Dokumentarfilm Berlin Song porträtiert der Deutsche Uli Schüppel, Kat Frankie und andere Musiker in Berlin. Wir werden alle ein bisschen mehr machen. Im Park am Wasserturm im Stadtteil Prenzlauer Berg ist Kat Frankie mit dem Filmemacher verabredet. Also die haben mich berührt, die hatten eine Sehnsucht, weil man hatte einfach Lust Musik zu machen. Es hatte eben keinerlei Gedanken von Karriere hinterher. Also war jedenfalls nicht so für mich zu spüren. Es war, ja, es war naiver, es war unschuldiger. Gut fünf Jahre sind seitdem vergangen. Will man weiterkommen und dann verliert man natürlich in gewisser Weise auch so eine Unschuld. Also das ist natürlich, man kriegt ein anderes Label und da ist Kat natürlich jetzt auch. Mir sind zwei Plattenverträge angeboten worden, von einem deutschen und einem europäischen Label. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, unabhängig zu bleiben. Ja. Inzwischen gibt Kat Frankie in ganz Deutschland Konzerte. Am liebsten tritt sie im Theater Heimathafen im Stadtteil Neukölln auf. Ich bin in Berlin zu Hause. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe das Gefühl, hierher zu passen. Im September erscheint Kat Frankis drittes Album, inspiriert von ihrer Wahlheimat Berlin. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020